was macht ihr denn wenn euer partner zu früh kommt das habe ich noch nie erlebt den fall hier kenne ich nicht jetzt ruf ich an wie soll ich ihr das jetzt so verpacken dass sie nicht denkt dass das schlimm ist was ich jetzt frage ich bin's was machst du denn du jetzt pass auf ganz kurze frage nicht böse sein ja was machen frauen wenn männer zu früh kommen es geht um an nintendo switch ja wirklich wichtig was macht man wenn der mann zu früh kommt ist gut so wegen euch habe ich wieder nur die scheiße